König Gengraumene und das stolze Volk Gilneas stellten sich einst an der Seite der Allianz der entsetzlichen Horde entgegen, die ganz Lordaeron unterwerfen wollte. Das Königreich überlebte, doch in den chaotischen Jahren nach dem Zweiten Krieg schotterte es sich zunehmend ab. Voll Misstrauen errichteten die Gilneas einen gewaltigen Wall entlang ihrer Grenzen und riegelten ihre Nation und ihre Herzen von einer sich verfinsternden Welt ab. Nun, viele Jahre später, marschiert die scheinbar unaufhaltsame, untote Geißel durch Lordaeron und die Menschheit steht erneut am Rand der Auslöschung. Während das Grauen immer näher rückt, sehen sich die Bürger Gilneas einer furchtbaren Wahrheit gegenüber. Ihr mächtiger Wall wird die Untoten nicht viel länger zurückhalten. Schlimmer noch, man flüstert von einer neuen Gefahr innerhalb der Grenzen Gilneas. Von albtraumhaften Kreaturen, gerissen wie Menschen, doch wild wie Wölfe.